hallo guten tag hier spricht wieder jens rabe von optionsstrategien.com und heute möchte ich ihnen ein kleines aber einfaches system zeigen mit dem sie sich vor den größeren einbrüchen am aktienmarkt schützen können bzw wie sie relativ zeitig erkennen können ob es an den aktienmärkten zu größeren turbulenzen kommt wir hatten dieses modell vor einigen wochen schon einmal in unserem optionsbrief die optionsstrategien kurz gezeigt und erklären das auch immer in dem donnerstäglichen help dass immer mal wieder mit wer also da interesse hat optionsstrategien.com einfach mal auf die website gehen da kann man den optionsbrief bestellen und dann kann man auch immer donnerstags dieses webinar immer ungefähr eine stunde lang da kann man dann immer daran teilnehmen und kann dann entsprechend auch seine fragen stellen und wir zeigen dann immer auch ein paar sachen die aktuell am markt passieren so für alle die das video jetzt sehen oder auch später es ist anfang dezember 2013 wir sehen der s&p 500 das ist hier unten der hat gerade ein neues allzeithoch gemacht wir sind also hier im bereich um 1800 und jetzt ist natürlich die frage ja wie lang kann denn diese sehr sehr lange aufwärtsbewegung die wir hier in den märkten sehen wir sehen ja dass der markt hier beginnen von 2009 jetzt bis hier nach oben sehr stark angestiegen ist wie weit kann das gehen und viele haben jetzt einfach angst dass der markt eben nach unten wieder weg bricht dass man sowas erlebt wie hier 2007 2008 und dass man dann die ganzen gewinne die man unter umständen gemacht hat dass die dann alle wieder weg sind und ein relativ simples system was wir nutzen können ist wenn sie sich den vix anschauen also den volatilitätsindex der aus den impliziten volatilitäten der s&p 500 optionen berechnen wird das müssen sie also nicht selbst tun den wix können sie in nahezu jeder handelsplattform abfragen finden sie in jedem chartprogramm einfach mal auf die gängigen finanzportale gehen vix eingeben und dann finden sie auch charts dazu und jetzt ist eine sehr sehr simple methode wenn sie sich hier oben sehen sie diesen vix wenn sie sich da eine linie im bereich um 20 punkte einzeichnen und diese 20 punkte linie die zeigt uns nämlich sehr schön an wann volatilität in den markt hineinkommt und volatilität kommt immer dann in den markt wenn die institutionellen händler anfangen sich abzusichern und wenn wir uns das mal anschauen dann ist die regel wenn der markt also über der 20 punkte marke schließt dann sollte man vorsichtig bei seinen engagements am aktienmarkt werden und wenn wir uns das aus der vergangenheit mal anschauen ich habe hier mal hier dieses fadenkreuz heute gewählt und wir werden das auch mal noch durch vertikale linienkennzeichen fangen einfach mal hier an im jahr 2001 also die regel sagt immer wenn der markt bzw der vix unterhalb der 20 punkte marke notiert und dann der vix darüber schließt dann sollte man vorsichtig werden und sie sehen dass hier der markt schließt hier das war im märz entschuldigung im april 2002 von unten kommend oberhalb der 20 punkte linie und sie sehen danach was im markt passiert es geht dann mehrere monate nach unten das sind monatscharts hier und dann geht es nach unten und dann erst hier im mai 2003 war dann die gefahr gebannt sie sehen dann dass danach es gab noch mal hier ganz kurz einen kleinen anfall von schwäche das hat sich dann aber nicht sehr stark ausgewirkt schon im nächsten monat war man wieder darunter und konnte dann hier wieder in den aktienmarkt investieren sie sehen dass dann in den nachfolgenden monaten und jahren der vix kein einziges mal oberhalb der 20 markt marke am ende des monats geschlossen hat also ganz wichtig nicht jeden tag hinschauen nicht immer schauen was passiert jetzt in in jeder minute sondern was passiert am ende des monats und sie sehen erst hier dann im juli 2007 fängt der markt an wieder darüber zu steigen er fällt noch einmal kurz darunter aber hier da ging dann schon wirklich das warnsignal an wir sehen der markt hat hier noch mal neues hochgemacht danach ging es aber auch im nächsten monat schon wieder darüber so und jetzt hatten wir innerhalb ganz kurzer zeit zweimal haben wir gesehen dass der markt über der 20er marke geschlossen hat und sie sehen der markt fahr hier keineswegs in einen crash übergegangen es war alles nach relativ in ordnung sie konnten also mit hilfe von put optionen konnten sie ihre aktienbestände absichern oder sie konnten sich auch schon mal in der szenarien zurecht legen wie man vielleicht auf der short seite mit verdienen kann und sie sehen danach kommt die finanzkrise 2008 die dann ja mit der pleite von lemans brothers ihren höhepunkt gefunden hat sie sehen der markt bleibt dann die ganze zeit oberhalb der 20er fällt hier wieder darunter das heißt für einen ganz kurzen moment gab es entspannung aber schon im nächsten monat ging es wieder darüber also hier und sofort kam also das nächste warnsignal und sie sehen nach dieser kurzen erholung bumms ging es weiter nach unten der markt blieb dann wirklich lange 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 zeit oberhalb der 20er marke und wie gesagt das ist kein system wie man den perfekten einstieg findet da muss man andere dinge tun aber wie findet man einen vernünftigen ausstieg aus den märkten und sie sehen dann dass er danach eigentlich erst von unten kommen das erste mal wieder hier darüber geschlossen hat das war im jahr 2010 das war im april mai juni ging es dann nach unten als man hat hier von ungefähr 1200 auf 1000 verloren also knapp 20 oder nicht ganz wie viel waren es jetzt in prozent schauen wir uns das an also vom hoch zum tief hatte ungefähr 15 prozent verloren das konnte man sich sparen wenn man auf diesen kleinen indikator geschaut hat es ging darüber dann fiel es wieder darunter und dann kann man hier im jahr 2011 kann man wieder hin von diesen punkt an wenn man da aus dem aktienmarkt ausgestiegen wäre bis ins tief hinein hätte man sich wieder 15 prozent minus gespart und seitdem gab es nur noch mal ein kurzes warnsignal und das war hier im jahr 2012 im mai und da war es dann aber auch schon vorbei es ging noch mal ein bisschen nach unten dann war es das aber auch schon und sie sehen seitdem notiert der markt unterhalb der 20er marke und aktuell sind wir so ungefähr im bereich um 40 also wie gesagt es ist anfang dezember 2013 und sie sehen also mit diesem doch relativ simplen system hat man sich vor allen größeren einbrüchen am aktienmarkt schützen können es geht hier nicht darum auf einmal zwei drei prozent nach unten gehen sondern wenn es wirklich substanziell wird also wenn man 5 15 20 25 prozent verliert so wie wir das hier in den letzten jahren doch hin und wieder gesehen haben es ist ein sehr sehr einfaches system sie machen nichts anderes als sie schauen sich den wix an sie schauen ist der auf monatsschlusskurs oberhalb der 20er marke sie können natürlich auch auf wochenbasis ein bisschen beobachten wenn sie sehen okay er geht hier in richtung 20 geht oben drüber können sie schon ein bisschen vorsichtiger werden und können dann vielleicht anfangen sich ein paar mehr gedanken zu machen aber es ist eben ein system was ich sehr sehr leicht überwachen lässt da braucht man keine große charttechnik ganz einfache marke oberhalb von 20 vorsicht rote flagge hier sollte man seine aktienengagement entsprechend absichern das war es für heute wir sehen uns oder hören uns beim nächsten video wieder wenn sie interesse an unserer arbeit haben dann schauen sie auf unsere webseite www.optionsstrategien.com und sie finden uns auch bei facebook unter die optionshändler ich wünsche ihnen viel erfolg an den märkten bis zum nächsten mal jens rabe tschüss und auf wieder schauen